Mazorix back am Start meine Freunde. Heute mit einem neuen Video mit dem Dennis, der da hinten steht. Heute machen wir eine kleine Fitness-Challenge. Machen ein bisschen Fitness-Workout und gucken mal was bald rauskommt. Viel Spaß beim Video. Hey Bro, was gehts? Nicht fahren bei dir. Was hast denn du heute vor? Da Kamera, da Musik. Let's go Bro. Das ist schön vor der Kamera. Das soll ja lustig werden. Das ist ein bisschen. Ahhhh. Auschen wir, wieder auf so rein. Und dann gehts los. Wans Digger, was geht alter? Wat was ist des? Scheiß drauf, mach Musik an. Echt. Dann machen wir mal Pause. Wir laufen jetzt beide vom Pfosten ein. Hey Bro, es geht nichts. Let's go, auf. Startmusik, los geht's. Guck mal, Bälle am Start hier und so. Weißt du was noch besser kommen wird, wenn die nicht hier liegen, wenn du die mitbringst. Da kommst du rein, hey was geht, ich so nix, was willst du mit den Bällen? Ich kann ja sagen, wir stellen es hin, gehen die Kniebeuge runter, in den Mund dehnen, zack, und am Ende, also so dieses klassische Workout halt, und am Ende macht man halt was mit dem Ball, wo man das abstehen, man setzt sich hin, so eine drüber, einer drunter, so ein bisschen strecht, dass man den Ball noch mit einbaut. Liegestütze, zack, 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 du gibst das schon voll strech, zack, 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 so, 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 und dann, so, du musst dich halt schnell, du musst auf jeden Fall, dein Tempo runter schrauben. Und dann, du musst dich das auf jeden Fall schrauben. wenn du mit dem Lieblings-Bereich, wie du mit dem Lieblings-Bereich, dann, du musst dich auf den Fettkern. Ich bin der Bescher, du musst dich auf den Fettkern. Ich hab die Drehung vergessen. Ich hab vergessen los zu sprechen. Also wenn wir sowas in die Ausdekse haben, was für Behinderte! Eins, zwei... Ich hab mich nicht in den Ausdekse gelassen. Ey wir sind... Eins, zwei, drei... Wir machen das jetzt vorwärts ok? Das heißt keine Drehung. Drehung weg. Eins, zwei Schritte zurück. Das war nochmal der Knie gestützt. Ok wir machen 2 Halb. Kniebeuge und in Süd. So Leute das war's dann mit dem kleinen Fußballworkout. Wir sind beide glaube ich tierisch am Arsch. Aber es hat mega gebockt. Leute vergisst nicht. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.